Der Postcode Monatsgewinn im Januar geht nach 53474 Baden-9a-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Wir verteilen 1,4 Millionen Euro. Und wir haben insgesamt 317 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Und ein paar von ihnen überraschen wir persönlich. Du ziehst den Scheck hier ganz langsam raus. Warte, ich halte fest. Das ist der gesamte Gewinn. Ja, also ein Sofa ist schon mal drin. Ja, ich kann mal ein bisschen mehr. Oh Mann. Das ist super. Oh, das ist Wahnsinn. Wow. Wenn Sie 3 lose haben, gibt es auch 3 goldenen Umschläge. Oh, guck mal Papa, wie schön. Vielen Dank. Gut, super. Wow. Und nochmal, super. Vielen Dank. 1,4 Millionen ins Ahrtal, das ist einfach Mut. Mut, 1,4 Millionen. Man kann sich das, das ist im normalen Leben, ist das wahnsinnig viel Geld. Für uns ist es auch Geld, aber es ist vor allen Dingen der Mut, das Ding anzupacken. Und ich glaube, das würde ich eher so als Symbolik nehmen, als Symbolik dafür, dass wir zusammen das hier wieder zum Leben erwecken müssen. Also ich denke, für die Leute ist das sehr wichtig, dass sie mal nach all dem, was sie erlebt haben, jetzt mal was Positives haben, wo sie sich drüber freuen können. Also ich finde es schon, das ist sehr wichtig, ja. Wir haben ja keine Elementarversicherung. Alles, was wir machen müssen, wir entweder bezahlen oder sind auf diese freiwilligen Helfer, wie gesagt, angewiesen. Dann musst du natürlich an allen Ecken und Ecken sparen, damit du über die Runden kommst. Jetzt kam die positive Überraschung. Jetzt haben wir mal eine schöne Spritze bekommen, eine schöne Geldspritze, das tut gut. Jetzt haben wir mal eine kleine Spritze bekommen, eine kleine Spritze bekommen, eine kleine Spritze bekommen.